Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich Willkommen und ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und ab Montag wird ab 23 Uhr wieder ein ganz neues Let's Play von mir wieder kommen, wieder ein Horror Game und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet, Daumen hoch gebt und natürlich auch in die Kommentare schreibt und herzlichen Dank für die 208 Abonnenten. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, freue mich über weitere Abonnenten, wenn auch noch die Community wächst und alles und dann werden auch mal wieder Livestreams kommen, wann und wie, das weiß ich nur, dass ich muss erstmal gucken, bis wieder ein neues Spiel rauskommt, was jetzt nicht ab 18 ist, was ich dann jetzt aber wirklich dann auch wieder endlich wieder Livestreamen kann und dann geht es auch mit den Streams weiter. Weil es tut mir aber auch wirklich so herzlich vom Herzen leid, aber ich muss mich leider Gottes an die USK Richtung von dem Alter mich daran halten, weil nicht, dass es uns irgendwie mit YouTube Probleme gibt, weil wenn ich das nicht mache, dann hauen die mir die Altersbeschränkung rein und ich würde dann deswegen keine Probleme deswegen kriegen, wenn die jedes Mal die Altersbeschränkung reinhauen müssen, deswegen, wenn ich die Altersbeschränkung reinmache, ist es besser, weil ich, das ist zum Schutz der Jüngeren, es tut mir auch wirklich herzlich leid, es geht halt nicht, es geht halt nicht und eben, wenn ihr älter seid, ist es kein Problem, dann dürft ihr sie gucken und dann würde ich mich halt auch darüber freuen und alles Dann haut rein, habt ein schönes Wochenende noch Und dann ab Montag dann wieder Punkt 23 Uhr geht's los, es kann aber auch später werden Es kann auch 23 Uhr 20 werden oder 30, aber ich kann es nicht sagen wie, aber Auf jeden Fall kann man ja schon mal auf 23 Uhr festhalten Vielleicht kommt es auch früher, das kann auch sein Das ist vielleicht auch schon 22 Uhr, 22 Uhr 30 oder was oder wann halt kommt, aber muss man halt mal gucken Aber auf jeden Fall, 23 Uhr ist immer die Zeit, wo man sich dran festhalten kann Auf jeden Fall freue ich mich dann immer wieder sehr darauf Und herzlichen Dank an alle da draußen nochmals Das ist ein ganz neues Infovideo Und dann auf jeden Fall viel Spaß noch dann bis Montag Und dann noch Schöne freien Tage, die wir frei haben und die wir arbeiten müssen Ja, ich muss leider auch arbeiten Daher, ja, kein Problem Passt